insel nach rechts oder nach links aber nicht geradeaus ich glaub schon ja stoppen ist doof nö nö ich treff grad die die links da hinten schöne kamme ja er wird dich aber auch treffen wenn du anhältst nö nö mach schade hat er gerade mit ap geschossen doch der schießt mit ap der entlässt keine brandflecken er will dir unten in den roten bereich schießen in die zitadelle da kriegst du dann selbst auf dem tier schon 10.000 schaden motor treffer ich bin jetzt gleich im sichtschutz brennen die jetzt eigentlich nicht oder er brennt mich sein motor ist im arsch ich hab jetzt auch gerade mal kurz ap geladen damit ich bei 4,5 km kann ich bestimmt gut treffen ja derrk sehr schön Ich lade AP, äh, ja, hi. Fahrt in den Cap. Applaus Oh, von vorne kommt noch irgendwas. Nicht von vorne, von der Seite, mit Chester. Was ganz unpraktisch ist. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Du hast AP gelernt, oder? Ne, noch HE. Jetzt habe ich wieder HE bei der Reichweite. Aber das wird jetzt eh unschön, die zwei zusammen kriege ich eh in der Tod. Es sind schon fast alle beide tot. Du musst jetzt nur gut treffen. Zitadellentreffer ist auf Wasserlinie zielen, ne? Genau, du siehst bei deinem Schiff den roten Bereich. Dieser schwarze Strich, der den roten und den weißen Bereich trennt. Das ist der Zitadellenbereich. Wenn du da triffst, machst du kritischen Schaden. Lösch dein Feuer. Lösch. Ja das werde ich nicht überleben. Schade. Schade, schade Ja, aber viele, viele Treffer gemacht Viele, viele Treffer 1708 XP, 62 Treffer Schick Ich hab gar nichts bekommen Nichts? Naja, du bist ja so schnell gestorben Was fährst du auch so gleich an die Front? Hab ich gar nicht gemacht Nein So, kann ich jetzt wieder was forschen So, jetzt kann ich schon wieder direkt zum nächsten Schiff gehen Ja, dann mach das T3 South Carolina Ach, willst du zum Schlachtschiff gehen? Ja Ach ja, stimmt, hast du ja gesagt, du willst Schlachtschiff fahren Gut, da brauch ich aber noch 849 XP, also muss ich noch mal eine Runde so fahren mit der Testa 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 Girl euch drückt Und besser als SEO-Thema. Momentan. Ja. Also wie ich gesagt habe, ich finde, man hat hier viel mehr Freiraum. Man ist nicht so irgendwie eingeengt und kuschelt die ganze Zeit miteinander, sondern hier kannst du echt schön freiläufig durch die Gegend dümpeln. Und mit dem Tier werden auch die Maps größer. Warum tut sie die T10er nicht einfach, äh, die T1er nicht einfach mal Spaß haben, wenn sie den Maps schmeißt? Mhm. Wolltest du morgen noch ankommen? Ja. Offenes Meer. Ja. Ah, schön. Auf dem Ozean. Ja. Wir treffen uns da mal so in 10 Minuten, wenn das Match fast zu Ende ist. So viele Zerstörer. Zwei, vier, fünf Stück. Ja, sechs haben die. Äh, ich bleib hier. Ja, bleiben hinten. Auf jeden Fall. Lass die ruhig herkommen. Ja. Die haben selbst eh nicht so hohe Torpedo-Reichweiten. Die haben fünf Kilometer Torpedo-Reichweite. Nein, sogar nur vier. Auch die Omikase? Ja. Okay, ja, siehst du, dann müssen sie an uns rankommen, bevor sie uns toppen können. Bis dahin haben wir sie gesehen und totgeschossen. Ah, nee, warte. Der zweite Torpedo hat fünf, ja. Ja, ist egal. Da sehen wir das Schiff trotzdem schon. Du musst da verbesserte Steuerruderanlage mal einbauen. Das hab ich nämlich gemacht. Man, die haben zum Destroyer. Weißt du, wie der abgeht? Der macht zigzag im Nu. Der schlägt Haken wie ein Hase. Scheint es ja deinen Spaß zu haben. Du bist echt so ein. Ergeben sie sich. Wir entern ihr Schiff. Was willst du, du Nudelgesin? Ich entere dein Schiff. Ja, na, jetzt explodier ich und deine ganze Mannschaft fliegt runter. Ich weiß, meine Torpedos. Dann hab ich ein Déjà-vu. Ja, auf die Entfernung Torpedos werfen ist nicht... Dann landen die ja direkt auf meinem Deck. Die schmeißt du direkt rüber auf mein Schiff. Hier, hast du. Am besten noch mit Zeitdetination, ne? Aber Tränen, muss ich mal sagen, tun die Schiffe immer noch so... Teilweise ab und zu mal so ruckelig. Wie ruckelig? Ja, so... Ich glaub, da rechts war grad ein Destroyer kurz. Ach, du meinst, äh... der Rubberbending-Effekt. Ja, keine Ahnung. Rubberbending ist, wenn es ruckelt und teilweise das Schiff wieder rückwärts fährt, ganz kurz. Naja. Nene, 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 das... Das war ein bisschen anders. Oh, 9,4 Kilometer, das können wir mal probieren. LOL! 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 Oh mein Gott! Ich hab ihn mit EINER, mit EINER Shell getroffen! Die Jester! Die Jester ist draufgegangen! Ja, sie ist explodiert! Ich hab euch Rauch geschenkt! Ich hab euch Rauch geschenkt! Ich hab mit 20.000 Schaden gemacht, mit einer Kugel! Smokescreen set! Das sah aus... Scheiße, Alter, da... Crapload of Destroyers da hinten! Ja... Deswegen drehe ich auch mal direkt wieder ab! Also hier! Ja, wo du bist, ne? Ja, hab ich grad gepinkt! Pong! Treffer! Wow, da kommen noch ein paar PS2 hinterher! Ich dreh mal ab! Zumuni-Torpedos! 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 Scheiße, der Störer ist so flach, ich schieß die ganze Zeit über ihn rüber! Ja, nicht nur du! Kommen grad Friendly-Tops von hinten! Ja, ich hör irgendwie Tops kommen, aber ich weiß nicht wo! Warte! Alle vorbeigezogen! Bumm! Kommen die nächsten! Ja, zu kurz! Wieder...Motorschaden? Siehst du, wenn die Schornsteine brennen, dann hat er einen Motorschaden! Die sind so scheiße flach! Scheiße, ich hab glaub ich war P-los am Arsch! Ey, was Destroyer! Ey, was Destroyer! Das kriegst du nicht! Scheiße, 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 scheiße! Wo sind sie? Nein, ich hab meine Kölge-Klade! Ich hab' das nicht mehr, mein Kölge-Klad! Scheiße, wo sind sie? Oh, fuck Ich bin total im Arsch Die haben gesetzt, die Torpedos Ich versuche den Zerstörer noch zu kriegen, bevor er dich kriegt Okay, der ist draufgegangen Ich bin fast zerstört Ja, ich helfe dir jetzt Einfach nicht stehenbleiben Ich drehe gerade War gut, dass ich gedreht habe Und immer deinen Kurs wechseln, weil die können nur die Torpedos vorhalten Wenn du deinen Kurs aber änderst, dann treffen die Torpedos meistens nicht Bäm, Arschloch, Motorschaden Und in Brandwurz Treffen Brandweide Ja, immerhin 16 Mal getroffen Aber schon wieder ein Alter, wie viele Zerstörer kommen hier Ja, ich bin sehr zerstört Ich bin sehr zerstört